1,2 Milliarden Dollar Gesamtbudget, 1873 Tage, mehr als fünf Jahre Bauzeit. Die Errichtung der Interstate 74 Brücke festgehalten in über einer Million Bildern in diesem spektakulären Zeitrafferaufnahmen. Sie soll die für Amerika so wichtige Metropol- und Industrieregion weiter erschließen. Die alte Brücke, die für etwa 40.000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt ist, kann den Verkehr längst nicht mehr bewältigen. Im Dezember 2021 wird die Interstate 74 Brücke offiziell eröffnet. Mehr als 80.000 Fahrzeuge überqueren seitdem täglich auf ihr, den Mississippi.